Die Kurven kommen geradeaus, können sie alle immer schnell. Kurt Erwart Demonstrantum. Ich finde es zwar wirklich noch relativ weich. Immer noch. Das steht jetzt auf Sport, ne? Und das liegt vermutlich auch daran, dass ich weniger Luftdruck fahre, als du. Dass dir das weicher vorkommt. Das ist jetzt mit 2-3 so ein bisschen, ne? Ja, 2-3 vorne, 2-2 hinten. Kurvenlicht außer Funktion. Ja, wir ziehen jetzt wahrscheinlich weite Richtung Fellbott. Oh! Ja. Guck mal an. Wir hätten uns auch schon was in Solingen angeguckt. Ähm. Ja. Wir sind extremst oft Häuser so zu sagen. Ist sehr spannend momentan. Habt ihr eins gefunden und verjbert? Ähm. Wir hatten was richtig schönes. Da gab es noch andere Interessenten. Und die kriegen das jetzt. Könnte ich ausflicken. Ja. Wir werden was Besseres für dich tragen. Wir haben uns, meine Frau, nicht haben wir uns so ein Minimum 75 Häuser eigentlich. Bis wir das gefunden hatten, was wir dann eben fröhlich gezogen haben. Ja. Man sagt ja Häuser suchen ja, ne? Wir sind jetzt gerade seit 8 Wochen dran. Ist ja das. Naja, ich hab's. Ja. Ihr denkt doch auch, er ist king of the road, ne. Ja. Da bremst man nicht. Nein. Oh, Moped, oh über den Schmutzvögel. Wann ist das Perfektionstraining im Juni, ne? Ja. Ich versteh nicht, warum die Briten immer hier einen Aufkleber da hinten drauf haben. Das wird eben gar nicht. Das ist ein Arsch, ne? Ach, der hat auch gemiebt. Und ich muss auch echt immer ein bisschen runter gehen, ne? Das ist ein bisschen schlecht. Ich bin aber nicht komplett auf den Kopf, sondern nur so ran geschraubt. Das hat Geräusche gemacht, das sind einfach die komplette Fälle im Arsch gewesen, ne? Aber, alles gut. Jetzt ist hier wirklich... Ja, jetzt? Jetzt, ja. Aber so warme Reifen, da geht ihr dann voll der Arsch. Also, beziehungsweise, da geht einfach alles. Ja. 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 Die Dixies stehen immer nur bei Euron, kommt 20-30 Stunden rück. Die Dixies stehen immer nur bei Euron, kommt 20-30 Stunden rück. Oh mein, mit deinem doofen Moped weg. Die machen mich immer ganz nervös, die Dixies-Fahrer. Ja, mich auch. Dann frag ich mich. Ich hab mal jetzt der Autor. Vorhin bin ich hier noch ein bisschen komisch rumgerutscht. Ja, aber hier am Ausgang. Nee, nicht am Ausgang. Brennspunkt war scheiße. Ach, aber jetzt haben wir gleich geradeaus, ne? Hm, prima. Da vorne ist doch ein Mazda, mach mal Platz da. Ja, nicht wahr? Ja, ja. Manchmal... Wer soll ich mit ESP an oder ESP aus? Immer an. Immer an? Ja. Also ich fahr jetzt immer mit ESP auf... Ja, das ist ja praktisch durch Sport, ne? Das geht ganz gut. Hier fährst du auch immer alles im vierten, ne? Das versuche ich jetzt auch immer mal. Sonst habe ich immer in Zwischwürgen, aber dann mal in dritten benutzt. Echt? Nee. Nee, vorankst du schon, tisch. Also der Daniel hat vorhin, wo wir im Devil's Diner einen Kaffee getrunken haben, ist er gerade aufgestanden. Ich bin mal gespannt, ob die dann heute noch kommt. Da hat das mir jetzt nicht gerade einfach gemacht, mit der Stelle. Komplett meine Lieblingspassage hier. Ja, super. Ich liebe es. Ich hätte JP erstmal schön alles den Rokowühle-Fan gesetzt. Ja, genau. Das war doch noch beim zweiten Training. Ja. Ich habe an dem Wochenende, wo wir sonst noch ein Rennen waren, praktisch nur zu Hause gegangen. Wenn nicht im Fernseher übertragen worden ist, ist es schön auf dem Rechner. Ich auch. Wir kriegen hier richtig die Kohle warm, ne? Ja. Vielleicht können wir nichts mehr sehen. Oh, Beinlenkung verpasst. Da soll ich ja nicht in der Klimaanlage rumspielen, ne? Ja, ja. Gut, noch nicht. Der fängt schon so an. Ich bin noch definitiv und noch rutschig. Nein. Check. Ich bin trotzdem wohl noch ein bisschen vorsichtig, weil das hier ist eine echt fiese Stelle zum Abfliegen. Ja. Kurz vor dem Ende, ne? Am Ende wollen wir das mal in Windluft. Es ist so hot. Es ist so hot. Oh.